hallo hier ist rauf von tesla owners us und jetzt habe ich mich mal entschieden den ersten video auf meiner front page wenn ihr dahin kommt gleich abzudaten und zwar mit einer neuen kamera ich habe eine neue kamera neues zubehör dazu das wurde auch mal zeit dass ich mache und wenn ich das mit der neuen kamera mache dann möchte ich das auch mal gleich ausprobieren also die die front ist neu davon und ihr werdet mich jetzt und ich wollte euch auch mal nur erzählen ich bin langen test erfahrer über zwölf jahre und er hat mit dem rosa angefangen ich habe alle von den test das das ist der rost der model s der model x model y model 3 und ich berichte alles über tesla alles über produkte von tesla und zwar hinbezüglich von zubehör fahrzeuge die er bekommt und wenn ihr fahrzeuge mein refer code nimmt dann helfe ich euch sogar die fahrzeuge entgegen zu nehmen und dann auch zusätzlich über zubehör für fahrzeuge das untersuche ich ab und zu kommen ein paar leute sagen die haben großes zubehör das wird aber sehr kritisch von mir betrachtet und wenn ich das gut finde manche produkte die leute anbieten die lasse ich mir gar nicht zuschicken und war das hat eigentlich gar keinen sinn aber wenn ich das gut finde manchmal habe ich auch vergleichsprodukte die auf der tester seite wesentlich teurer sind aber die man auf der einen anderen seite günstiger bekommt die gebe ich da auch an oder wenn ich ein paar sachen gut finde die von tester genommen werden sollen denn nämlich die natürlich auch und biete die und anbiete die an und zeige auch wo man die bekommen kann alles über tesla mitbewerber zum beispiel alle anderen elektrofahrzeuge die in dem gleichen genre sind vergleiche ich ein model 3 mitten vor bmw oder ein x bmw mit model x in der möglichst neuesten version und ich berichte auch über reparaturen von fahrzeugen wie man reparaturen macht ich habe jemanden der mir dabei hilft und das ist jj ich habe auch jemanden der mir dabei hilft wenn wir touren machen und das machen wir besonders gerne über über land also lange strecken fahren wir haben bald ein tour für uns wieder eine lange strecke und über die touren berichte ich auch natürlich auch touren wenn wir camping fahren also es ist so mehr ein luxus camping eher als das camping ist es nicht so mit zelt wie euch das vorstellt obwohl man das auch mit dem text testa machen könnte aber über camping und wie man fahrzeuge was man damit ziehen kann mit den teslas wie die verbräuche sind dazu auch das ändert sich nämlich ganz arg und wie gesagt habe über mitbewerber fahrzeuge mitbewerberprodukte und wir machen natürlich auch drohnenaufnahmen das macht las der stellt mir zur verfügung und die drohnenaufnahmen die die bringe ich auch ein die laufen auch gerade im hintergrund von mir diese drohnenaufnahmen könnt ihr euch angucken und die habt ihr das last gemacht in etwas jetzt langsamen mod ich habe die bei mir bei mir jedes mal im im intro läuft die bei mir etwas schneller aber im langsamen mod kann ich die abspielen lassen die läuft jetzt hier im hintergrund ich arbeite jetzt gerade im screen green screen das mari ab und zu mal wenn ich irgendwas machen möchte dass ihr wissen sollt oder was im hintergrund einblenden kann dann berichte ich noch über andere tester produkte wie die solar panels oder solarsystem was wir einbauen vor die tesla powerwalls davon habe ich fünf stück die decken mir alles ab eigentlich könnte ich mich vom grid abkoppeln aber ich will nicht zu viel energie während der sommerzeit zum beispiel jetzt verschwenden und dann bringe ich diese energie zurück zum grid wenn meine batterien dann vollgeladen sind und alles diese funktionen dafür und wir berichten natürlich auch das habe ich bei meinen camping trips immer dabei das sind die die starlink antenne die ist gerade im camping mode das heißt die kann man immer ein und ausschalten das heißt wenn man sie braucht kann man sie einschalten sonst hat man nur so ein stand bei 4 und stand bei gebühren die da berechnet werden wenn man die einschaltet dann muss man einen monat dazu zahlen und darüber berichte ich auch äh und das läuft auch sehr gut also alles was damit zu tun hat mit tessa äh ich glaube ein produkt dieses neurolink ding ich glaube darüber werde ich nicht berichten äh das wird wahrscheinlich vielleicht kommt es irgendwann mal aber nicht selbst am ausprobieren damit ja alles in dem bereich über dem kanal ich wollte das mal einblenden weil der letzte video ist schon lange her ich bin schon zwölf jahre dabei eine ganze menge erfahrung mit tester produkten und wie gesagt wenn ihr meinen Referralcode benutzt dann seid ihr auch dabei dass ich euch dabei helfe und euch tipps gebe checkliste und so weiter und so weiter und ja das war erstmal wenn ihr seid ihr auch meine freunde dann na klar dann habt ihr einen besonderen äh status dazu und das war erstmal alles natürlich ich freue mich immer darüber für alle von euch den daumen nach oben und äh und natürlich den kanal abonnieren das ist jedes mal ein applaus äh für mich und dass ich die sache gut gemacht habe also das ist alles jetzt in vk in 4k aufgenommen in hochauflösung aufgenommen also sehr hochauflösung aufgenommen und die kamera hat auch einen besseren stabilisator drinnen das machen wir alles und ich hoffe dass euch das alles gefällt und schaut euch meine movies an ich habe über 500 davon über eine million views von allen movies dazu mein kanal gibt es auch auf englisch da ist das footage also da ich ja in amerika lebe gibt es den natürlich auch in englisch und da ist das material alles in englisch und auch etwas anders also ich mache das sozusagen zweifach ich nehme das in englisch auf und das gleiche nehme ich auch mache ich auch noch mal in deutschen gut und das war es erstmal schaut euch die filme an bis zum nächsten mal tschau 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 tschwe Bis zum nächsten Mal.